hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren video auf dem kanal von sonic trouble ich werde hier mal eine kleine roadmap online zeigen was für die nächsten pläne hier auf dem kanal sind was für videos veröffentlicht werden und vor allen dingen um welches spiel es sich handelt und die upload zeiträume nach wie vor ist mir besonders wichtig dass auch ihr als community eure meinung sagt also lasst es mich gerne in den kommentaren wissen und ob überhaupt bock auf die spiele habt und wenn nicht vielleicht alternative vorschläge wir ja bereits schon häufig in den videos mitbekommen habt ich bin überhaupt nicht multiplayer spiele beziehungsweise multiplayer koop sessions die wir starten mit mehreren leuten und so wird es jetzt auch wie folgt aussehen wir haben eine neue folge oder beziehungsweise eine neue folgenreihe von dem spiel breakfast gestartet das wird erst mal 10 oder 20 episoden a 10 minuten umfassen das werden wir jedes wochenende freitag samstag sonntag immer hochladen ab 14 uhr die ganz normalen upload tage auf dem channel mittwochs wird dann halt je nachdem was hat gerade verfügbar ist eine folge drug dealer simulator oder surgeon simulator zwei folgen ab dem zweiten zehnten mit dem release datum werden wir star wars quadrants wahrscheinlich mal anschneiden und spielen je nachdem wie es uns gefällt da werden wir wahrscheinlich auch den einzelspieler mal ausprobieren und die storyline anfangen oder wenn ich sogar bis ende durch spielen ansonsten halt wie immer multiplayer matches und was auch noch in den startlöchern steht ist halt satisfactory da werden wir entweder mit dem neuen update also auf das neue update warten wenn server verfügbar sind oder vielleicht schon vorher im co-op modus halt unsere eigene fabrik aufbauen und das stück für stück dann hochladen und natürlich was immer wieder meine ich fehlen darf ist eine runde natürlich der klassiker pummel party oder fallgeist diese videos werden dann halt spontan auch jeweils mittwochs je nachdem wie wir halt es geschafft haben eine session zu starten oder nicht halt hochgeladen also man kann sich merken am wochenende wird die hauptreihe weg fest geladen hochgeladen ab 14 uhr und alle anderen games je nach verfügbarkeit mittwochs so und das war es dann auch schon mit dem kleinen aber feinen road map video ich hoffe es war einigermaßen informativ und ihr wisst jetzt was in naher zukunft so auf dem channel so alles folgen wird danke dass ihr eingeschaltet habt falls euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben oder halt je nachdem ein daumen nach unten da und falls es ebenfalls noch nicht getan habt und kein video mehr verpassen wollt dann abonniert doch gerne diesen kanal ich würde mich über unterstützung freuen und ansonsten hören bzw sehen wir uns im nächsten video viel spaß